Der Blick-Live-Talk vom Genfer Automobilsalon wird präsentiert von SEAT. Herzlich Willkommen im Blick-Studio. Ja, neben mir ist ein Sportskanone, Dominik Eggerter, Motorrad-Rennfahrer. Herzlich Willkommen. Hallo. Hoi Dominik. Du hast beim Moto2-Rennen im Valencia deinen ersten Podestplatz gemacht im GP-Rennen nach 2006. Und bist am Tomluti vorbei. Wie stolz bist du darauf? Ja, sicher. Als bester Schweizer ist man natürlich sehr stolz darauf. Und meinen ersten Podestplatz einzufahren war natürlich ein super Erlebnis. Hast du als Berner eigentlich, ja, bist eigentlich eher langsam, wenn ich das so sagen darf. Was ist für dich denn der Reiz für die Geschwindigkeit? Ja, sicher Adraline. Das gefällt mir. Und es macht einfach mega Spass, auf dem Dorf zu sitzen, in der Freiheit. Die, die vielen Streckinnen, die Leute. Und es macht einfach mega Spass. Wie ist denn so dein Fahrstil auf der Rennstrecke? Ja, der Fahrstil ist eigentlich ein ziemlich eigener Fahrstil, den ich habe. Und eher ein bisschen aggressiv und ein bisschen schnell. Ja, muss fast sein. Und auf öffentlichen Strassen? Ja, auf öffentlichen Strassen muss man natürlich aufpassen. Denn hier hat man ganz eigenen Fahrstil, wo man aufpassen muss auf die verschiedenen Verkehrsleute. Ein Motorrad muss für mich? Er muss schnell sein. Er muss mir passen. Pneu müssen halten. Und das Fahrwerk muss stimmen. Als Zweite auf dem Motorrad wäre ich am liebsten mit. Ja, sicher mit einer schönen Frau. Oder meistens ist es am besten, wenn man alleine auf dem Motorrad ist. So, so. Hast du denn eine Freundin? Ich bin Single. Single? Liebe Zuschauerinnen, eine Frau muss für dich wie sein? Ach, so wie du? Das ist aber nicht. Danke vielmals für das Kompliment. Nein, aber jetzt wie müssen wir... Ja, sicher, es muss einfach passen. Ich bin sicher sehr viel unterwegs. Und wenn die Richtige kommt, stimmt es nicht mehr für mich. Dann hoffe ich, dass das passieren wird. Und weiterhin viel Erfolg beim Motorradfahren. Und alles Gute für dich weiterhin hier auf dem Autosalon Genf. Ciao Dominik. Merci vielmals. Ade. Der Blick Live Talk vom Genfer Automobilsalon wurde präsentiert von SEAT. Ich bin nicht sicher erstell. Ich bin sicher, dass alles in die Geist wird. Und bevorCome... Ich bin kein erstes in die inne.